Ein schwere Feld ist ein Kraftfeld, verursacht durch Gravitation und bestimmte Trägheitswirkungen. Die Feldstärke des schwere Feldes ist die schwere Formelzeichen. Als auf die massebezogene Gewichtskraft eines Probekörpers hat sie die SI-Einheit N ist gleich M2 und wird auch schwere Beschleunigung oder Fallbeschleunigung genannt. Mit dieser Beschleunigung setzt sich ein freifallender Körper in Bewegung, ist eine vektorelle Größe mit Betrag und Richtung. Die Richtung heißt Lotrichtung. Der Betrag wird auch Ortsfaktor genannt, um zu betonen, dass und damit auch das Gewicht eines Körpers vom Ort abhängt. In Deutschland beträgt die Fallbeschleunigung etwa 9,81 Meter pro Sekunde 2 ist gleich 981 Gall. Die Variation über die Erdoberfläche beträgt wenige Gall. Im engeren Sinne, insbesondere in den Geowissenschaften, ist das schwere Feld eines Himmelskörpers zusammengesetzt aus dessen Gravitationsfeld und der Zentrifugalbeschleunigung in dem Bezugssystem, das mit dem Körper rotiert und mit ihm im Gravitationsfeld anderer Himmelskörper freifällt. In der Himmelsmechanik werden oft nicht rotierende Bezugssysteme benutzt. Das schwere Feld eines oder mehrerer Himmelskörper beruht dann nur auf Gravitation. Im weiteren Sinne spricht man vom schwere Feld in beliebig beschleunigten Bezugssystemen. Im schwere Feld einer Zentrifuge dominiert die Zentrifugalkraft. In freifallenden Bezugssystemen herrscht Schwerelosigkeit. Messung Neben der direkten Messung der Beschleunigung eines freifallenden Körpers kann man den Betrag der Fallbeschleunigung aus der Schwingungsdauer eines Pendels berechnen. Ein modernes Gravimeter ist eine spezielle Federwaage und erreicht eine Präzision von einem Mikrogall ca. 10-9 Gramm. Man könnte damit eine Höhenverschiebung von weniger als einem Zentimeter registrieren. Schwankungen des Luftdrucks verursachen Änderungen in der gleichen Größenordnung. Gezeitenbeschleunigungen aufgrund der Inhomogenität der äußeren Gravitationsfelder ins bis von Mond und Sonne ändern G um viele Milligal. Summe aus Gravitations- und Zentrifugalbeschleunigung Die Fallbeschleunigung ist die Vektorsumme aus einem Gravitations- und einem Zentrifugalanteil. Die Gravitationsbeschleunigung wird durch das Gravitationsfeld verursacht. Sofern man den Himmelskörper als Kugel symmetrisch betrachten kann, berechnet sich die Gravitationsbeschleunigung nach dem Gravitationsgesetz. Hierbei ist die Gravitationskonstante, die Masse des Himmelskörpers, der Abstand zwischen dem Schwerpunkt des Himmelskörpers und dem Probekörper und ein Einheitsvektor in Richtung dieses Abstandsvektors. Falls die Masseverteilung des Himmelskörpers nicht isotop ist, wie das meist der Fall ist, ergeben sich daraus schwere Anomalien. Die Zentrifugalbeschleunigung wirkt sich aus, weil man sich auf der Oberfläche des Himmelskörpers in einem mitrotierenden Bezugssystem befindet. Gezeitenkräfte entstehen durch den Einfluss anderer Himmelskörper. Ob diese Kräfte als Teil des Schwerefeldes betrachtet werden, ist eine Frage der Definition. In diesem Artikel werden sie nicht zum Schwerefeld gezählt. Für das Schwerefeld an einer Planetenoberfläche ergibt sich daraus, die Gravitationsbeschleunigung ist von der Höhe abhängig, denn nach dem Gravitationsgesetz ist. Ebenfalls aus dieser Beziehung folgt, dass durch die Abplattung des Planeten der Abstand zum Planetenmittelpunkt an den Polen am kleinsten. Die Gravitationswirkung also am größten ist. Dazu kommt, dass an den Polen des Himmelskörpers die Zentrifugalbeschleunigung verschwindet, weil der Abstand von der Rotation Sachse Null ist. Am schwächsten ist das Schwerefeld somit am Äquator. Dort ist die Zentrifugalbeschleunigung maximal und der Gravitationswirkung entgegengerichtet und der Abstand zum Planetenmittelpunkt am größten. Die Richtung der Fallbeschleunigung heißt Lotrichtung. Diese Lotrichtung weist ungefähr zum Gravizentrum des Himmelskörpers hin. Abweichungen entstehen dadurch, dass die Zentrifugalbeschleunigung bei mittleren Breiten in einem schiefen Winkel zur Gravitationsbeschleunigung steht. Linien, die der Lotrichtung folgen, heißen Lotlinien. Sie sind die Feldlinien des Schwerefeldes. Bewegt sich ein Körper im Schwerefeld, so weicht mit zunehmender Geschwindigkeit die Richtung der wirksamen Beschleunigung von der Lotrichtung ab. Dies kann als Wirkung der Corioliskraft gedeutet werden. Schwere Potenzial Da die Gewichtskraft eine konservative Kraft ist, ist die Fallbeschleunigung als zugehörige Feldstärke der negative Gradient eines Potenzials. Hierbei ist das schwere Potenzial. Es setzt sich ähnlich wie die Fallbeschleunigung selbst aus einem Gravitations- und einem Zentrifugalanteil zusammen. Darin ist der erste Summand das Gravitationspotenzial, der zweite Summand, dessen Form voraussetzt, Dass der Ursprung für den Ortsvektor zum Aufpunkt auf der Rotationsachse liegt, das Potenzial der Zentrifugalbeschleunigung. Das Integral erstreckt sich über das Volumen des Himmelskörpers, ist die Dichte des Volumenelements und dessen Abstand vom Aufpunkt. Flächen, auf denen das schwere Potenzial konstant ist, heißen Potenzialflächen oder Niveauflächen des Schwerefeldes. Sie werden von den Lotlinien rechtwinklig durchstoßen. Beim Übergang von einer Niveaufläche zu einer höheren muss Hubarbeit verrichtet werden, siehe auch Potenzial. Allgemeinere Definition Wählt man als Bezugssystem nicht die Oberfläche eines Planeten, sondern ein beliebiges beschleunigtes Bezugssystem, so kann die dort wirksame Fallbeschleunigung ebenfalls als schwere Feld verstanden werden. Auch die in diesem Bezugssystem herrschenden Kräfte setzen sich aus Gravitations- und Trägheitskräften zusammen. Beispiele In einem freifallenden Bezugssystem sind die Gravitationskraft und die Trägheitskraft entgegengesetzt gleich. Ein Körper im freifallenden Bezugssystem ist also schwerelos. H. Kräfte frei Also ist das freifallende Bezugssystem ein Inertialsystem. Auch eine Raumstation, die sich in einer Umlaufbahn um die Erde befindet, befindet sich im freien Fall, da ihre Bewegung ausschließlich durch die Gravitation bestimmt wird. Die Schwerelosigkeit H. Das Verschwinden des schwere Feldes an Bord dieser Raumstation ist also nicht die Folge einer Abwesenheit der Gravitation, sondern die Folge eines Gleichgewichts von Gravitationskraft und Trägheitskraft. Ein Planet bewegt sich auf einer Umlaufbahn der Sonne auf einer Kreis- oder Ellipsenbahn. Wählt man nun die Achse Sonne-Planet als Bezugssystem für die Bewegung eines dritten Körpers. B. Einer Raumsonde So wird das für diesen Körper wirksame Schwerefeld durch das Zusammenwirken der Gravitation beider Himmelskörper und des Zentrifugalfelds aufgrund der Rotation des Bezugssystems bestimmt. Punkt Punkt Erdschwere Feld Große Himmelskörper nehmen unter dem Einfluss ihres Schwerefeldes eine Form an, die einer der Niveauflächen entspricht. Im Schwerefeld der Erde wird jene Niveaufläche, die ungefähr der Höhe des Meeresspiegels folgt, als Geoid bezeichnet. Sie ist durch die Zentrifugalbeschleunigung leicht abgeplattet. Diese Abplattung und die Abnahme der Erdbeschleunigung mit der Höhe wird von normal schwere Formeln berücksichtigt. Zusätzlich gibt es schwere Anomalien. H. globale, regionale und lokale Unregelmäßigkeiten, Da die Masse sowohl in der Erdkruste als auch tiefer nicht gleichmäßig verteilt ist. Die Satellitengeodäsie bestimmt das Geoid mit Hilfe der Beobachtung von Satellitenbahnen, siehe Gradiometrie. Die schwere Anomalien erreichen die Größenordnung 0,01% und 0,01 Grad in Betrag bzw. Richtung, siehe Lothabweichung, schwere Gradient und Vertikalgradient. Bis zu 100 Meter liegen zwischen dem Geoid und dem mittleren Ellipsoid. Der Wert der Erdbeschleunigung variiert wegen der Zentrifugalkraft, Erdabplattung und Höhenprofil regional um einige Promille um den ungefähren Wert 9,81 Meter pro Sekunde 2. Die schwere Beschleunigung beträgt 9,832 Meter pro Sekunde Quadrat an den Polen und 9,780 Meter pro Sekunde Quadrat am Äquator. Die Anziehung am Pol ist somit um ca. 0,5% größer als am Äquator. Die Gewichtskraft eines Menschen, die an dem Äquator 800 n beträgt, erhöht sich deshalb an den Erdpolen auf 804,24 n. 2013 wurde ermittelt, dass die Erdbeschleunigung mit 9,7639 Meter pro Sekunde 2 auf dem Berg Nevada Huaskaran in den Anden am geringsten ist. Normfallbeschleunigung 1901 wurde auf der dritten Generalkonferenz für Maß und Gewicht ein Standardwert, die Normfallbeschleunigung. Auf Gn ist gleich 9,80665 Meter pro Sekunde 2 festgelegt, ein Wert, der sich schon in verschiedenen Landesgesetzen etabliert hatte und der Definition technischer Maßeinheiten dient. Grundlage waren Messungen von G. Der Forges Service Geographic DL-Armee, welche zu einem Wert für 45 Grad breite Meereshöhle extrapoliert wurden. Aufgrund der später entdeckten schweren Anomalien gibt es keinen einheitlichen Wert auf einem breiten Grad, erst recht keine Standardschwerkraft. Dementsprechend ist die Normfallbeschleunigung nicht als Erdbeschleunigung eines bestimmten Ortes oder als ein irgendwie berechneter Mittelwert definiert, sondern eine Festlegung. Deutsches Hauptschwerenetz 1996 In Deutschland ist die ortsabhängige Erdbeschleunigung im deutschen Hauptschwerenetz 1996 festgehalten, welches eine Fortsetzung des DHSN 82 ist. Es ist neben dem deutschen Hauptdreiecksnetz für den Ort und dem deutschen Haupthöhennetz für die Höhe die dritte Größe zur eindeutigen Festlegung eines geodetischen Bezugssystems. Das deutsche Schwerenetz stützt sich auf ca. 16.000 Messpunkte, den schwere Festpunkten. Historisch bedeutsam war der von Kühn und Furtwenger vom Potsdamer Geodetischen Institut 1906 bestimmte Wert 9,81274 Meter pro Sekunde 2 in Potsdam. Potsdam wurde 1906 der Fundamentalpunkt für die Bestimmung der lokalen Erdbeschleunigung mittels Differenzbestimmung, bis das International Gravity Standardization Net 1971 eingeführt wurde. Erdschwere fällt im Erdinneren am Erdmittelpunkt, wirkt keine Schwerkraft, es herrscht Schwerelosigkeit. Wäre die Erde eine nicht rotierende, homogene Kugel, so ergebe sich ein linearer Anstieg der Schwerebeschleunigung von 0 am Erdmittelpunkt bis zu einem Maximum an der Erdoberfläche. Siehe Gravitations-Tunnel. Tatsächlich ist die Erde in Schichten sehr unterschiedlicher Dichte aufgebaut, daher verläuft das Erdschwerefeld im Erdinneren nicht linear. Im Erdkern wächst die schwere Beschleunigung mit dem Abstand vom Erdmittelpunkt zunächst monoton an. An der Kernmantelgrenze, nach deren Entdeckern Emil Wichert und Beno Gutenberg auch Wichert-Gutenberg-Diskontinuität genannt, erreicht sie ein Maximum von knapp 10,68 Meter pro Sekunde Quadrat. Dieser Effekt hat seine Ursache darin, dass der überwiegend metallische Erdkern mehr als doppelt so dicht wie der Erdmantel und die Erdkruste ist. Von dort bis zu ca. 4.900 Kilometer nimmt sie zunächst wieder langsam bis auf 9,93 Meter pro Sekunde Quadrat ab, steigt nochmals bei 5.700 Kilometer auf 10,01 Meter pro Sekunde Quadrat und sinkt dann monoton, bis sie an der Erdoberfläche etwa 9,82 Meter pro Sekunde Quadrat erreicht. Erdschwerefeld außerhalb der Erde in der Nähe der Erdoberfläche nimmt G um etwa 3,1 Mikrometer pro Sekunde zwei pro gestiegenen Meter ab. Außerhalb der Erde nimmt die schwere Beschleunigung proportional zum Quadrat des Abstandes vom Erdmittelpunkt ab. Das Erdschwerefeld ist somit prinzipiell unbegrenzt, wird aber mit wachsender Entfernung schnell schwächer. In niedrigen Satellitenhöhen von 300 bis 400 Kilometer nimmt die Erdbeschleunigung um 10 bis 15 Prozent ab, in 5000 Kilometer um ca. 70 Prozent. Nur im Nahbereich eines schweren Himmelskörpers kann der Einfluss der anderen Himmelskörper in der Praxis vernachlässigt werden. Da er dann sehr gering ist, der Einfluss des Nahenkörpers ist dominierend. Geopotential Das schwere Potential der Erde wird auch Geopotential genannt. Je größer die lokale schwere Beschleunigung, desto geringer der Abstand zwischen den Geopotentialflächen. Die Differenz zum Potential des Geoids wird geopotenzielle Kote genannt. Wird die geopotenzielle Kote durch die Normalschwere geteilt, so ergibt sich die dynamische Höhe. Für mittlere Breiten entspricht die dynamische Höhe ungefähr der metrischen Höhe über dem Meeresspiegel. Schwere und Gravitationsbeschleunigung ausgewählter Himmelskörper Die Tabelle enthält die Gravitations-, die Zentrifugal- und die resultierende schwere Beschleunigung der Sonne, der acht Planeten des Sonnensystems und des Erdmundes. Die Werte gelten für die Oberfläche am Äquator und sind in M2 angegeben. Das negative Vorzeichen der Zentrifugalbeschleunigung soll verdeutlichen, dass diese der Gravitationsbeschleunigung entgegengerichtet ist.